Alles klar, wieder da bei Naruto Shippuden Ultimate InderStorm 3. Diesmal geht's weiter mit Sasuke. Und es ist ein neuer Modus, den es vorher nicht gab. Das ist der Mob-Modus, nennt er sich. Man kämpft gegen eine Anzahl an Gegner, die hier irgendwie rumgurken. Man muss ihn einfach nur platt machen. Ich hab mir gedacht, das wäre ein guter Zeitpunkt, um das Ganze mal ein bisschen zu cutten. Und so mal wieder ein bisschen kürzeren Part hinzukriegen. Und, okay, warte mal, Info-Mob-Kämpfe, fand ich hier rückgängig erobern. Okay, mit A irgendwas. Achso, da kann ich direkt zu den Gegnern springen. Schattenschleicher hab ich freigeschaltet, ein Achievement, schön. Und, zack, so, jetzt dürfen die, glaub ich, gerne mehr leben, genau. Na, jetzt geht's, glaub ich, darum, ein paar Gegnerplatz einfach zu machen und weiterzulaufen. Ultimative Entscheidung, wir gehen natürlich den legendären Weg. Okay, gewaltige Chakras, halte ich alle kaputt. Ja, und weiter geht's. Samurai-Linie über Windain. Aber das krieg ich wohl hin. Als erstes gibt's erstmal das Amaterasu. Auf die Gegner und dann... Wow, 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 wow. Solange du es, äh, dieses... Die Chakra-Einsätze, um die Maske zu vernichten, ist das eigentlich echt gut. Irgendwie hab ich den jetzt nichts abgezogen, aber nochmal. Aber wenn ihr auf dem Boden, kann ich den, glaub ich, nichts abziehen. Das ist echt doof. Oh, was ist das? Boss des Eske, manchmal taucht den Kopf an deine... Okay. Hab ich denen das gegeben, oder was? Hab ich alle besiegt. Ja. Da ist halt bis jetzt recht einfach, dieses, äh, dieser Mob-Modus. Wahrscheinlich wird das später noch ein bisschen schwieriger. Ich hab das Spiel auf normal. Okay, damit so viel zu malen, ja, ja. Jetzt kommen wir wahrscheinlich wieder... Ne, doch nicht. Ich dachte, jetzt kommt wieder Gegner. Jetzt sind sie aber erst hier. Einzig, was mir ein bisschen das Nick brechen würde, ist, äh, kann, ist das... Ist die Energie von mir. Äh, Mob-Kämpfer fühlt sich allmählich an Schleudereinzeiger, wenn die Feinde besiegt. Okay. Okay. Äh, YY-Dreieck. Äh, YY-Dreieck. Ach, Scheiße. Okay, jetzt hab ich's gecheckt. Das ist was, wie ein Ultima-Aktives-Sieg. Wow, wow, wow. Boah, das ist echt... Ich hab gerade echt gleich ein Problem, ne? Kann ich mich jetzt heilen, nö, ne? Die hat mich jetzt nicht gehalten. Boah. Ich muss echt aufpassen, dass ich nicht draufgehe. Weil das macht momentan... Ich hab keine... Ich hab keine Energie mehr. Das ist mies. Ich hätte im Laden mir irgendwas kaufen sollen. Was macht das? Ach, das heilt mich. Okay. Boah. Das hab ich richtig kassieren müssen. Okay, das ist doch nicht... Das ist doch nicht so einfach, wie ich mir gedacht hatte. Und wieder zum Boss und dann... Ah, ich hab's versaut. So. Das hab ich denn auch alle gemacht, den Boss. Ja, der Modus gefällt mir wirklich sehr gut. Jetzt machen wir das anders, oder? Das ist auch komplett neu. Das gab's vorher gar nicht, diesen Mob-Modus. Interessant, aber auch schön umgesetzt. Ah, nicht mehr lange. Okay. Ja, jetzt wieder hier tausend Millionen normale Gegner. Ja, schön wäre, wenn ich meine Energie wieder also vollkriegen würde, ne? Soll ich das mal einfach mal versuchen, das geht irgendwie so gut zu machen. Oh! Oh, das ist echt ne miese Nummer gerade hier. Ja, schön, dass ich einfach mal gegen Luft diese komischen Klamotten da einsetze. Boah, ich muss echt aufpassen, dass ich das hier nicht draufgehe. Ah, ich glaub, alle jetzt erledigt, ne? Chakra ist voll. Ich komm mir... Okay, Steuerergebnis kann ich wieder machen, wenn ich jetzt da einsetze. Ich glaub, ich schaff' ich ihn jetzt mal. Oh, ich versau' ihn jedes Mal. Ich hör' mich ein bisschen eilen. Boah, nein, er hat mich erwischt, ey. Oh! Ich muss aufpassen, jetzt gleich stehe ich drauf. Der kann einfach meine Glückwunsch blocken. Was ist denn das für ein Boss, ey? Oh, ich hab's versaut. Boah, ich bin so gut wie tot. Boah, ich muss echt aufpassen, ne? Ich bin so gut wie down. Und ich hoffe, es... Boah, ich muss mit der Energie, kann ich doch nicht gegen Downsor kämpfen. Äh... Ne. Ich glaub, jetzt aber jetzt... Dürft ihr das geschafft haben, oder? Warte mal, Jutsu aufladen, nicht das gleich hin, wie... Moment, rufen wir die alte nochmal. Will ich es jetzt ein bisschen heilen. Zwar nicht viel, aber... Ne, haben sie abgeschlossen. Aber ganz schlecht. Soろ soろ, Jutsu. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Das kann ja was werden jetzt. Heiter, heiter. Mit der Energie, ey. Wenn wir gerade hier dabei sind, habt ihr eigentlich Lieblingscharakter aus Naruto-Universum. Ich habe da meine drei Favorites. Dazu gehören einmal Kiba, der mit dem Hund, dann Rock Lee mit seinem Taijutsu und dann noch Kalkashi. Das sind so meine drei Favorites. Wow! Eure drei Favorites. Jawohl. Drei Favorites in die Kommentare schreiben. Mich mal interessieren, was ihr so da wie Favoriten habt im Naruto-Universum. Wow, wow, wow. Oh, geschafft? Nein, nicht geschafft. Doch, herrlich. Ja, mit der Energie, das Ganze zu schaffen, ist nicht ganz einfach. Vielleicht schaffen wir... Oh, komm. Oh, jawohl. Nicht einfach. Dank den nur, ey, weil ich gar keine Energie mehr habe. Deswegen wahrscheinlich. Aber ich habe den Legenden über das geschafft. Und wir haben Kuro-Sushi gekriegt und Akatsushi. Ach, das sind, glaube ich, die beiden Helfer von der Damen-Garde. Ayo ist die Helfer von... Keine Ahnung. Keine Ahnung. Das war's für mich. Sosuke! Sosuke! Sasuke... ...chakra... ...näi! ...sonna... ...それじゃ! ... Soりゃ soじゃ! ...Karadaごと分子に近いレベルでバラバラにしたんじゃぜ! Der nächste Mal ist es du. Nein... Das ist ein Geheimnis. Die Frau ist noch ein Geheimnis. Erstens... ... es sollte ich sagen. Was ist das? Ich glaube... ... ich werde noch ein bisschen warten. Ich glaube, alle sind bereit. Was ist das? Ich bin Sasuke. Entschuldigung. Sasuke, wo ist das? Ich habe einen Fisch. Was ist das? Das ist das, was ich. Aber ich habe mich verletzt. Wer ist das, du? Das war's. Wer ist das? Wer ist das? Entschuldigung. Das stimmt. Aber ich habe mir schon erwartet. Ja, das stimmt. Was ist das wirklich? Das stimmt. Mein Name ist Uchiha Madara. Ich habe mich damit zu erzählen. Was ist das? Das stimmt. Ich habe mich damit zu erzählen. Das ist gar nicht da. Ich habe es nicht da. Ich habe es nicht. Ich habe mich, Lajkage. Ich habe die Frage überlegt, ich habe es zu sagen. Ich habe es zu sagen. Ich sage, du hast du gut, aber du kannst dir helfen. Sasuke! Du kannst du Sasuke wiederholen. Ich bin... du kannst du Zeitpunkt-Kannin-Jutsch? Dann, du kannst du dich erzählen. Du kannst du mit meinen Planen überlegen. K-K-K-K? Ja, das ist mein Plan. Das ist mein Plan, das ich mit mir. Das ist mein Plan. Ein Plan? Was ist das? Die Flucht-Sendung. Ihr kennt das, was das? Die Flucht-Sendung? Das ist das, was der Flucht-Sendung der Flucht-Sendung? Ja, das ist ja. Vor allem, die Flüchtlinge sind die Menschen aus der Welt. Was ist das? Er hat ihn geholfen. Von diesem Weltkrieg zu dieser Welt. Gara, du hast auch die Flüchtlinge genutzt. Sie sind die Allgemeine. Sie sind die größte Chakra. Der Mensch ist das Wunscher. Das Name ist... ...Zhubi. Zhubi? Das Wunscher ist das Wunscher bis 9 Wunscher? Nein. Die Leute sind die Schreis der Wunscher der Wunscher. Die Schreis der Wunscher der Wunscher. Das ist das Wunscher. Das ist das Wunscher, dass ihr Wunscher wunscher? Die Schreis der Wunscher der Wunscher, Ich habe ein Schuss mit einem Schuss entwickelt. Ihr wisst auch, was es? Das ist das Schuss des Schusses. Das ist das. Die Schuss der Schuss hat sich in den Schuss, und die Schuss in die Körpern in den Körpern. Die Körpern in den Körpern? Das ist das? Die Schuss der Schuss war der Schuss des Schusses. Das war's für mich. Das ist das Wichtigste. Das ist ein Geheimnis. Ich denke, es geht nur an 2. Ich bin ein paar Hachbe und Hachbe. Ich kann mich an das Kniemach nicht mehr schlafen. Ich bin ein Kampf für Sie. Ich bin ein Kampf für Sie. Hachbe? 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 Was ist das? Ich bin ein Kampf für Sie? Hachbe ist der Hachbe. Das ist ein Kampf für Sie. Das ist wirklich ein perfekte Schnapp. Du bist ein Freund. Das ist mein Volk! Das ist mein Volk! Und was sollst du? Du kannst du deine Antwort auf? Ich kann nicht den Wurzumack-Narut. Natürlich, ich kann nicht den Wurzumack-Narut. Ich habe keine Kraft für mich, aber ich habe den Wurzumack-Narut. Ich habe keine Kraft für dich. Ich habe keine Kraft für dich. Ich habe keine Kraft für dich. Das ist doch nicht so. Der Vierge-Narut ist der Vierge-Narut. Ich werde hier ein Vierge-Narut. Ich werde dich auf jeden Fall sagen. Ich werde mich nicht so sagen. Ich werde jetzt noch ein Vierge-Narut. Ich werde jetzt ein Vierge-Narut. Ich werde mich nicht so sagen. 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 Ich habe einen Vierge-Narut. Ich werde mich nicht so sagen. Ich werde mich nicht so sagen. Ich werde mich nicht so sagen. Ich werde mich schnell옅mer. Ich werde mich auf jeden Fall verwendet. Ich werde dich. Ich werde mich einfach auf den Vierge-Narut. und ich werde mich überwiesen. Und dannbald Vierge-Narut. Ich habe mich noch nicht nur auf dem Fisch zu kommen. Ich habe eine Beleuchtung hier in der Flachfot. Ich bin schon in der Ereignis-Kurie. Ich habe es noch nicht für die Korte. Ich habe mich auf die Beleuchtung. Wenn ich die Strategie des Mordensagen des Mordens, dann bin ich den Hachubi und der Hachubi. Ich denke, dass ich den Hachubi und der Hachubi gegen die Hachubi und der Hachubi und der Hachubi mir das beste ist. Ich glaube, dass ich die 7-Jetigen Geist mit den Schlechern habe, ich kann es nicht vorstellen. Ich denke, dass ich die Schlechern-Büren-Günen 8-Jetigen Geist mit den Schlechern, das ist das Problem für die Schlechern. Das ist egal. Das ist ein Kampf für zwei Menschen. Das ist das Problem für die Schlechern, die 7-Jetigen Geist mit der Schlechern, Nachdem der Tuchkage ist, dass sie sich um die Tuchkage zu retten, um viele Menschen zu retten. Weil sie nicht mehr über diesen Tuchkage die Tuchkage zu retten. Und das ist es... ... dass Sie sich um zwei Ausflutzen würden, um sich um die Tuchkage zu retten. Ich bin auch ein Fiespĩige der Tuchkage. Wenn man auch auf der Tuchkage der Tuchkage des Tuchkage betreffend ist, dann muss man sich um die Tuchkage zu retten, dann muss man sich um die Tuchkage zu retten. Ich verstehe. Ich verstehe. Wie geht es sich für Sie? Oh! Oh Gott, noch etwas Angst? Ich fühle mich daran, dass ich mich daran fühle. Ich fühle mich sehr, dass ich mich daran fühle. Ich glaube, dass ich mich nicht mehr so fühle. Ich weiß, dass ich mich nicht mehr so fühle. Ich weiß nicht, ob ich die Schroben-Büren-Büren-Büren-Büren-Büren-Büren-Büren habe. Ich bin mir aber nicht mehr, wenn ich nicht mehr. Es gibt auch keine Probleme, die ich nicht mehr für mich. Und das ist, dass ich meine侍 auch, wir sind in diesem Krieg. Gut, Herr Kage, das ist noch ein Problem. Na, dann werden wir, dass sie die Kagen-Gelagier-Gelagier-Gelagier-Gelagier-Gelagier-Gelagier-Gelagier. Das ist, dass ich meine Kage-Gelagier-Gelagier-Gelagier-Gelagier-Gelagier-Gelagier-Gelagier-Gelagier. – Ho? – Hachbiは生きているとみて間違いない Lai Kage殿も前よりは冷静でいられるであろう それに先ほどから皆をうまくまとめているし 対応策を出すのも早かった そしてキーとなる Hachbiをコントロールできるのは Lai Kage殿だけでござる – Mizkaige? Kaze Kageは? –それでええのか? Nein, ich glaube, dass du hier verletzt. Ich glaube, Lai Kage. Lai Kage, auf dem Lai Kage. Der Lai Kage, der Lai Kage ist, dass wir uns nur mit uns verletzten. Du hast die Informationen, die du musst. Du musst, bitte. Nichts, dass du mit dem Angriff aufgericht. Aber es ist besser, wenn du in diesem Krieg verletzst. Ich kann nicht nur nicht mehr von dem Geben. Wenn der Geben nicht mehr Leben ist, dann wird der Geben nicht so vieles gewesen. Gut, aber man kann es also auf die Arbeit. Das ist das Geben, der Geben ist der Geben-Debruch mit dem Geben. Lauf nicht! Also sollte man sich so schnell auf der Geben. Das ist die Geben-Debruch-Modelle. Die Geben-Debruch-Modelle ist mir gut. Und die Geben-Debruch-Modelle ist ihr auch hier.